Erste Besprechung, okay. Wir haben also wieder ein Flashback. Wir sind jetzt also wieder jünger. Noch jünger als vor dem Experiment, da bin ich ja mal gespannt. Was ist das? Lass das rein! Wegen dir haben wir Ärger! Also hör jetzt auf! Wer ist das denn? Die nennt mich auch Schätzchen. Ist das jetzt meine Mutter oder was? Wer sind diese ganzen gruseligen Leute? Hallo, Jodie. Komm rein. Aha, okay. Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Hey, Nathan. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Okay. Gefällt sie dir? Du kannst sie behalten, wenn du willst. Hm. Jodie, mein Job ist, die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie, äh, wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Jodie? Äh, ja. Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Dieser Freund, hast du den schon seit langem? Seit deiner Geburt? Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Kannst du ihn, äh, für mich malen? Hm. Wiss ich. Wiss ich. Okay. Oh. Ihre Arme sind aber auch ganz arch verkratzt. Es scheint also davor auch mal was passiert zu sein. Aha, okay, dieses schwarze Krickelkrackel, was wir schon mal gesehen haben. Nein, warum? Kannst du ihn bitten, was zu machen? Soll ich? Okay. Ähm... Du... du sagst ihm, was er tun soll und er macht es dann? Ich sag einem nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Das macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen. Und? Hat er das da auch gemacht? Oh, okay. Nein. Das waren die Monster. Was für Monster? Willkommen bei der CIA. Dein Zimmer. Hier lernst du und schläfst du für die nächsten drei Jahre. Das Training stattet morgen früh um fünf. Sei pünktlich. Ich dachte, das wäre wirklich mein Freund gewesen auf der Party. So ein CSA-Typ. CIS? Keine Ahnung. Okay. Wow. Oh, du meine Güte. Muss ich das auch machen? Oh! Komm schon, Holmes. Hopp, hopp! Ja, Mann. Bereit, Mann. Was denn? Wofür? Ah, okay. Ich weiß gerade nicht, was der damit meint. Ganz genau so, Holmes. Komm schon. Okay. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Oh, Gott. Oh, Gott. Gut, dann wollen wir mal gegen die Tatzen-Tatzen. Ja. Folgen Sie Jollys Bewegungsrichtung, um ihre Aktion abzuschließen. Ja, das haben wir ja schon eigentlich die ganze Zeit gemacht, oder? Jetzt. Bereit machen. Okay, jetzt sind wir wahrscheinlich alleine. Genau. Oh, fuck. Weiter, natürlich. Fangen wir nochmal an. Oh, hey! Ach, zu früh darf ich auch nicht. Ach, Mann. Okay. Ach, schon wieder falsch. Mann, das tut mir leid. Mann, das ich aber auch immer zu früh runterklicke, Mann. So, runter. Und so. Jetzt? Gut. Alle zufrieden. Ja, das kann ich. Das kann ich. Äh, R1. Äh, lehnen, gedrückt halten. Äh, achso. Ach, gut. Zur nächsten Deckung, hat er ja gesagt. Oh, verflucht willst du hin? Zur nächsten Deckung! Ja, mach ich doch! Hä? Halten Sie X gedrückt, bis Sie die nächste Deckung erreicht haben. Achso. Gut, dann halten wir gedrückt. Ah, ja. Lehnen, gedrückt halten. X, okay. Ist noch zu weit weg, das Ziel anscheinend. Müssen wir hier hinflitzen. Und schießen! Okay. Äh. X. Und schießen! Spähen! Äh, springen! Au! Yeah, wenn ich dann will, er findet mich gut. NK gleich. Oh mein Gott. Eingeteilt durch K, beziehungsweise ein Kartel. Was? Omega, keine Ahnung, was das für ein Zeichen ist. Was ist das denn? Exzellent, Joby. Äh? Ja. Okay, Rekrut. Jetzt haut diese Ölfässer da um. Äh, alle? Warte mal, kann ich auch den in der Mitte so näher? Oh, das steht immer noch. Oh, das steht immer noch. Nee. Gut. Und jetzt weiter. Oh, jetzt muss ich ganz alleine. Oh, fuck. Oh, fuck. Entwerfnet, cool. Ach so. Entschuldigung. Oh, die hat gar keinen Fettarsch. Wo hat die denn einen Arsch? Müsste meinen mal sehen. Oh mein Gott, was kommt da für eine Wand? Was muss ich damit machen? Nein, ist ja schon gut. Veranies. Oh Mann! Das ist aber schlecht mit gedrückt halten und X dann... Aua. Mann, meine Mu. Was muss ich machen? Hallo? Halten Sie zum Heilen beide Kugeln. Okay. Oh Mann. Oh. Ich kann auch nicht Schlagzeug spielen. Wie soll denn das funktionieren? Das geht auch mit einem. Setups, die mache ich auch immer. Was noch? Oh Mann. Oh! Nicht übel. Das heißt hier nicht übel, hallo? Diesmal habe ich keinen Fehler gemacht. Ähm, ich habe gerade Schreiz im Bildschirm. Okay, das nochmal. Oh Mann. Yay, Paintball! Hol dir die Flagge. Ähm, das war jetzt mit Deckungssuchung. Eps. Gut. Lenken Sie den Soldaten mit Eiden ab. Oh Mann, das auch noch. Ah, Leute, es wird wieder kompliziert. Kann ich denn jetzt überwältigen? Okay. Er hat auch gesagt, dass es einfach werden würde. Muss ich den jetzt wieder ablenken? Ne. Fuck, der ist an mir vorbeigerannt. Der ist einfach an mir vorbeigerannt. Ist das jetzt schlimm? Ach Mann. Seid doch nicht so streng zu mir, Mann. Also den muss ich ablenken. Und den anderen nicht? So, überwältigen. Der arme Kerl kriegt schon wieder eins aufs Maul. So, gucken. Nächste Deckung. So, jetzt kam der andere Pisser. Und den auch einfach so überwältigen. Okay. Äh. Oh Mann, ey. Alter, darf ich doch jetzt hinrennen, oder nicht? Muss ich mit Eiden wieder was machen? Gleich hoch. Was soll ich machen? Kann ich die Flage nehmen? Ne. Ach, guck mal, da war er gerade. Wie dann? Was? Aber der geht da nicht weg. Wo kann ich hin? Ich kann ja nirgendswohin. Muss ich etwa wieder runter? Hallo? Was muss ich machen? Was muss ich denn machen? Ich hab ja jetzt nur noch diesen einen komischen Hoshi da unten, ne? Kann ich da nicht zur Leiter hin? Ne, die rennt immer... Ah, doch. Guck mal, da. Ah, okay, von oben runter. Capture the flag. Nicht übel, Jodie. Aber wenn das kein Training wäre, dann wärst du jetzt tot. Wenn das kein Training wäre, dann wäre das dein allerletzter blöder Spruch, Ryan. Glückwunsch, Agent Holmes. Gut gemacht. Willkommen bei der CIA. Danke, Sir. Cool. Ja, Jodie. Willkommen bei der Agency. Hey, du bist mit dabei. Herzlichen Glückwunsch. Yay. Meine Fähigkeit ist also doch noch für was gut. Gejagt und wir gehen weiter nach vorne. Perfekte Soldatin. Danke. Danke.